Das Alice Wind Breath of Me, das kann man sicher hindern. Das ist von einer anderen Performance. Klangwelle. Klangreise in die Gegenwart, das könnte irgendwie noch bespannt sein. Klangrückerbärm. Wo ist Soundscape gegangen? Ah, da. Das gehört. Geräusche ohne Ohrluft, klingt auch wahre Klänge. Ah ja, das ist natürlich kein Logoismus. Soundscape. Ja, aber das ist ja nicht, das ist, weißt du, das ist eine Version. Das ist gesagt, um darüber zu reden. Ja, ja. Aber für mich, wenn es noch mitfragt, aber ich bin ganz wert. Komisch, das muss ich noch sehen. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018